10 erstaunliche Fakten über Enzian Enzian ist eine Pflanzengattung mit hübschen, auffälligen Blüten und wird oft wegen seiner medizinischen Eigenschaften geschätzt. Die Wurzeln des Enzians werden in der traditionellen Medizin zur Herstellung von Bitterstoffen verwendet, die die Verdauung anregen können. Enzian wird manchmal in Kräuterlikören und Digestifs verwendet, um den Appetit anzuregen und die Verdauung zu unterstützen. Enzian-Blüten haben oft eine auffällige, leuchtend blaue Farbe und sind in verschiedenen Kulturen als Zierpflanzen beliebt. In einigen Kulturen wird Enzian als Symbol für Stärke, Entschlossenheit und Mut betrachtet. Enzian wird in der Volksmedizin zur Linderung von Verdauungsstörungen, Magenproblemen und Appetitlosigkeit eingesetzt. Einige Enzian-Arten werden zur Herstellung von Heilkräutertees verwendet, die aufgrund ihrer Bitterkeit als Verdauungshilfe dienen können. Enzian-Wurzelextrakt kann in einigen Mundwässern und Kräuterergänzungen zur Unterstützung der Verdauung enthalten sein. Enzian wird auch in der Parfüm- und Kosmetikindustrie aufgrund seines angenehmen Dufts verwendet. Enzian-Pflanzen gedeihen in verschiedenen Lebensräumen, darunter Alpinewiesen, Bergregionen und Heidelandschaften.